Heute erfahren wir, was unsere Nachbarn für ein dunkles Geheimnis haben. Im letzten Short war sich unser Sim 100% sicher, dass unsere Nachbarn irgendwas verbergen. Deswegen haben wir ihnen eine Banzer eingesetzt und haben sie abgehört. Und so haben wir herausgefunden, dass sie auf illegale Art und Weise Geld verdienen. Mittlerweile haben wir mitten in der Nacht und unser Sim macht sich jetzt auf den Weg zu den Nachbarn. Wir werden bei denen jetzt nämlich einfach einbrechen. Okay Leute, wir sind drinnen. Oh mein Gott, wir dürfen uns natürlich nicht erwischen lassen, aber der Nachbar ist gerade da. Mit dem stimmt eindeutig was nicht. Wir müssen uns beeilen, wir müssen hier jetzt rüberrennen. Die Tür aufbrechen. Okay, und unser Nachbar ignoriert uns einfach. Gut für uns. Und wir sind drinnen, Leute. Die Frau vom Nachbar hat uns das fast erwischt. Aber wir haben es rechtzeitig nach unten geschafft und hier ist es stockdunkel. Und unser Sim muss jetzt durch dieses Labyrinth hier durch. Oh, das ist echt ultra unheimlich. Aber ich glaube, wir sind gleich am Ziel. Ja, es wird nämlich heller und die Nachbarn verbergen. Eine illegale Salatfahrt.